assalamu alaikum meine lieben hier ist wieder die radika die zukunft radika so jetzt seht ihr wie es weitergeht in unserem video ab geht's mach mich tot der mann beschützt uns ragel kwaizdi schukran ketir ich habe gerade schon gesagt ich nehme 100 pf guppel nee da schickt sie alle weg dann schreit er die frau an hast du noch nie eine ausländerin gesehen und die ich muss so lachen und jetzt guckt er weil sie raucht guck mal die rucht auch noch sagt der kleine rauch ist egal das ist hier sollen sie sehen die schlechte welt was ist du wirst auch noch in die welt geboren will ich was kaufen das für ihn ja wie im team sowas scheinert hier heim das ist schaum schaum die heißen des bs eis schaum die backe vom mädchen ups malisch was kann man hier kaufen sie machst du mir mal den reißverschluss bis hier vorne zu oder ganz so richtig zugemacht dass man ich meine ich meine die cola das nicht was macht noch mal zu die kauft jetzt was weißt du was nicht schlecht schmeckt die sims im dinger nicht erdnuss das rote ich kann nicht nicht ganz schlecht nee das schmeckt ganz schlecht nee das schmeckt nicht gut jelly das ist guck mal das ist so ganz sonnenblumenkörner hier ja mir fall für den full sudan ich habe jetzt vergessen ist auf deutscher das runde das ist was ganz süßes und hartes das muss rumlutschen das ist harter honig also hat er fass es mal an die assel das ist ganz hart guck schmeckt dir sowas ok wie viel willst mach einfach mach bei mir was für bunten kichererbsen die muss aber kochen das sind so süßigkeiten guck mal die nimmt sich einfach und ihr lacht wenn ich die hand tut die nimmt sich gerade eine handvoll und geht weg willst du lipp sonnenblumenkerne ich esse die nicht ok ok was willst du haben erdnüsse was hast du komm der hat uns beschützt amel meia gramm meia gramm mit gramm Ich nehm das meinem Mann mit. Es geht nur noch 20 Pfund mit 10 Pfund. Ist doch egal. Und was wolltest du jetzt? Erdnü. Erdnü. Fühlst du dann nicht. Amel Fühlst du dann nicht schrinkt? Ja. Ich habe schrinkt. Ah ja. Ich habe 5 Euro. 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 Gut, dass du mal die Gosch aufkriegst. Super. Heidenei. Und was hat sie gesagt? Übersetzt. Warum kommt ihr nach Ägypten? Dann hat sie gesagt, ist das verboten? Hat die Mause zurückgesagt. Echt? Ja, wieso kommt ihr nach Ägypten? Das ist nicht frech. Die wundern sich nur. Die würden halt raus wollen. Und alle kommen hier rein. Fremde, weißt du? Das ist's. Lentiger Hinner. Dann kannst du wieder heiraten. Dann kannst du mitkommen. Dann kannst du mitkommen. Wie viel? Wie viel? Wie viel? Äh, wie viel? Wie viel? Wie viel? Was? Was hat die Frau gesagt? Was hat die Frau gesagt? Die Deutschen? Die Deutschen wollten mit mir ein Bild machen, aber ich habe Nein gesagt. Für 100 Pfund. Guck mal, wie die lügen. Die Toto, du willst ein Bild mitnehmen? gibt, aber der hat einen Sack für 100 Pfund. Gerade andersrum. Ja, andersrum. Die laufen uns ja alle nach hier, die Kinder. Ja, Labina. Der Mann geht nicht ans Telefon. Boah, wie müssen wir uns tun? Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie so eine Schießbude, aber das sind keine Stühle, das sind Plastikpuppen. Komm, wir gehen hier mal her. Vielleicht hocken wir uns hier irgendwo hin. Huff. Was heißt denn das, Mausi? Lieds mal vor. Ist das eine Moschee? Was ist das? Albed Restaurant. Hat der Klimaanlage. Dann trinken wir hier was. Wir wechseln gerade das Restaurant, weil der hat nicht mal Klima. Der hat nur fürs ganze Klima und das ist voll heiß da drin, da kann man nicht bleiben. Jetzt gehen wir zu Abdu Kebab, der hat wenigstens Air Condition. Ich sag's dir. Es ist... He has, he has full good ones. Abdu Kebab ist super Air Condition. So, Leute, jetzt gehen wir ab. Ja, Labina. Oh, hier riecht's nach Gurken. Ja. Wo sind die Gurken? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, Abdu Kebab, hnag. Pass auf Stufe. Komm, komm, ich pass auf dich auf. Guck immer auf den Boden. Hier ist komisch, guck mal. Tut's noch weh? Geht so. Ich hab mir die, äh... Durch den Außenverhalten mit der Hustbeweise. Ja. Guck mal, wo die reingehen, da gehen wir hinterher. Ajoa. Guck mal, Abdu Kebab. Langsam laufen, guck, eine... Ja, eine Bohnentelle. Ajoa. Und ganz nach oben. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Ja. Ajoa, shukra. Bleibt im dritten Stock. Ja. Ja, nie, oder? Dann sag ich danke. Und da sagt er... Ajoa, hier riecht mit. Fertig, hast du mit mir gezählt, hier. Also, nächster Stock, dann arrive. Ach, ja, Labina. Du bist tätowiert. Ajoa, Tattoos hat sie auch noch. Ja. Ja. Deine Tochter. Ja, ich auch. Du auch? Die Tattoo-Mädels. So, jetzt bin ich fix und fertig. Ich komme jetzt hier rechts. Abdu Kebab. Assalamu alaikum. Also, attackiv. Finel-Takiv. Ah, hocken wir da. Und der soll zu uns machen. So, jetzt kommt das Essen. Ich darf das alles nicht essen. Nicht ein Stück. Das ist Junis seine... Guck mal, da haben sie es da. Taube. Taube. Ja, alles. Molochea. Ja, das ist gut. Mein Eis, Tani. Hamema. Mischah, das ist... Einer Eis. Hast du Taube? Mahmood, Eis? Hamema? Ja. Mischah, das ist gut. Einer, viel Frach. Kofta, hinne? Gibt es jetzt zwei Mal oder was? Oder ein Schettet? La, eine, munkin, lachmabas. Mischah, die Haga. Aschan, eine, ayana. Ich darf gar nichts essen. Hat der Baba-Hand-Mamma bestellt? Das wissen wir gar nicht. Und du? Habt ihr jetzt zweimal Kofta? Ja, ne? Ja. Super. Und du? Oh, heya? Fie etnen warak? Wahed heya, wahed enni? Oder er? Ach so, khalas. Munkin, äh, wahed Tabatani, aschan, enasch... Enaschili di, aschan, russ. Misch munkin eke russ enni. Okay, super. Ich guck, ob da Reis drin ist, weil da nicht die ganze Diät wieder kaputt ist. Warte mal, ich halte das. Mausi macht auch Video. Oh, und ich kann nur das, was ich hier halte. Ah, jetzt holt er einen Teller, warte. Also, wir haben hier noch Reis. Guck mal. Guck mal, ist übrig. Ja. Also, guck mal, das hier sind Auberginen eingelegt in Knoblauch. Das weiß ich ja, die Suppe. Ich und du machen das. Ja. Ist das mit dir? Ich glaube, ja. Ich und du. Mich und du. Müllers Kuh, Müllers Esel, das ist du. Okay, Molochea, habt ihr probiert? Molochea? Nein. Okay, du willst Molochea auch, gell? Okay. Das geht so, jetzt muss man irgendwie auch kummeln. Ja, das ist horrible. Guck mal, du musst ein Ende finden. Sag mir nochmal, wie dein Mann heißt. Stefan. Stefan. Vielen Dank, Stefan. Für diese, für dein Geschenk. So. Muss man ja auch mit der Kamera sagen, ne? Danke, Stefan. So. Bon Appetit. So, jetzt haben wir auch die Air Condition auf uns, Alhamdulillah. Du bist jetzt auch erblasst, bist nicht mehr so rot. Deine Tochter auch, Mahmoudi ist ja sowieso. Die sind alle, denen ist gar nicht heiß. Ich, mir schwitze hier, wir Deutsche. Und ich hab, äh, mir ist so heiß, dass ich nicht mal Hunger hab. Ich hab nur das, mehr krieg ich nicht. Ah ja, gut. Und du? Nee. Nee, nee, hab ich die. Wow. Mascha Allah. Was soll ich gerade sagen? Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Na, wie sind die Vogelzungen? Gut? Ja. So, Dille. Jetzt sind wir wieder in der kochenden Hitze. Ah, Mahmoud. We follow you. Komm. Boah. Also. Ja, Labina. Also, sei mal ehrlich, Essen war nicht gut, haben sie gesagt. Oder? Ihr habt die Kofta nicht gefallen. Kofta war kalt. Kofta war kalt, hat aber geschmeckt. Ja. Wo es richtig heiß war, war nicht gut. Hm. Jalla, Alhamdulillah. Okay. So ist es. Ist das eine Hitze. Merkst du das jetzt? Wie heiß? Ja. Jetzt haben wir genau 43 Grad. Ja, ich habe ja gesagt, lass uns wieder reingehen. Ja, gib dir Tüchst. Wir haben extra Hähnchen dabei. Wo ist ein Hund? Genau. Kannst du mal rausholen. Wir werden gleich eine Katze sehen. Die sind jetzt aber auch, weißt du? Weißt du was? Wir schmeißen es hier rein. Die Katzen kommen hier rein. Nein. Wir kommen hier. Guck, da ist ein Hund drin. Da ist einer drin. Oh, guck mal. Da ist einer. Warte. Ich gebe ihm die Tüch. Gib ihm. Jonas, Jonas. Kommt er? Ja, fein. Nein. Aber sie steht da. Kuli, Kuli. Hast du die Kopf da auch hingelegt? Wo ist die Kopf da? Die checkt es nicht, dass es für sie ist. Au. Guck mal. Die glaubt es nicht, dass sie Fleisch kriegt. Die sieht es auch nicht. Die sieht es nicht. Die riecht es nicht. Hallo. Guck mal hier. Lecker, lecker. Guck mal hier. Lecker, lecker. Guck mal hier. Mama. Hier. Lecker. Hier, feine Mausi. Ja. Wo hast du Babys? Ajoa. Jetzt hat sie. Jetzt hat sie es. Ajoa. Ciao. Walaikum salam. Ajoa. Das ist für die Ägypter hier. Wenn sie das sehen, mein Mann immer, was ist das? Was ist das? Alles reinschmeißen. Oh my goodness. Die Oma. Die Schuhe sind für die Oma. Ja, für die Oma. Die Schokolade. Schau mal ganz kurz, Leute. So heiß ist es hier. Das ist eine Suppe. Seht ihr das? Die Schokolade. Wir haben es hier so heiß. Scheibenhonig. Herr Scheibenkleister. Was ist denn das? Das ist von einem R. Oh yes. Mausi, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist... Das ist für Mama. Dancing in the night. Oh, ich bin mir schwindelig. Da ist es runtergefallen. Da ist es ganz viel Gurke, Tomatensauce. Hab ab, du bist so... Das machen wir alles im Video. Ja. Den Koffer könnte... Der behaltet ihr. Wenn du das lesen kannst, bist du eindeutig zu nah an meinem Gepäck. Cool. Oh, Mahmoud, don't put it on the chocolate. Oh my goodness. Oh my goodness. Bei mir steht drauf, mein Rucksack. Pass meinen Koffer an und mein Rucksack. Und du darfst meine Wäsche waschen. Oh, die Unterwäsche. Mein Rucksack. Open. Fitani. Mahmoud. Der hat keinen Schlüssel, sagt er. Sehr witzig. Der Backpack. Oh my goodness. Nein, das ist euer. Super. Kühlakkus, alles super. Der Yunis hat sich schon dreimal bedankt. Weil... Danke, danke. Guck mal genau, ob du irgendwas noch vergessen hast. Da ist Yunis hat Jacke mitgenommen. Irgendwelche... Ach so, das sind Klamotten, okay. Geht schon. Okay, Schuhe für die Oma. Look for your mother. In den schwarzen Koffer sind auch noch... Da sind Chip-Chips drin. Okay, in Größe 37. Das hat nur die Oma bei uns. So. What do you bring? Das ist Koffi. Okay. Der hat Kopfschmerzen. Der bringt Koffi. Okay, mein Mann. Bei der Hitze auch, weißt du? Auf das R-Up bin ich so gespannt. Nee, das möchte ich mir ja... Ja. Ja, der Bus kommt, der Bus kommt. Jolla, jolla, jolla. Ah, der hat das Auto zugemacht, okay. Mahmoud, you closed the car. You closed the car. I don't have moved to. I must say bye now. So, schnell. Hey, den I... I don't know. You have the ticket? Give me. Nicole! Ticket! Come, my names. Bye, 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 bye. Ah. Boah, ist das heiß hier. Welcher Platz habt ihr? 29 und 30. Okay. Komm, lass dich mal drücken. Aua. Die nimmst du mit. Nicole, vielen herzlichen Dank. Das war schön, aber heiß. Schön, aber heiß. Rösschen, ja. Hot. Aprechtigate. Ulrike. Lass sehen uns wieder, inshallah. Hohe. Nein, 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 ich hatte hier. Samann? Au, Santawahit. Aua. Mannitaše. Mannitaše. O, und es hat Taqif, hier, Dekha. Schau für euch, hier, Ratsj Bahden. Läsen, äh, äh, Ich habe gesagt, die sollen deine Klimaanlage. Ich habe gesagt, die sollen deine Klimaanlage machen. Bye, ihr Süßen. Bye, bye. Guten Heimfahrt und gebt Bescheid, wenn ihr angekommen seid. Tschaui. Ist es kalt drinnen? Ist es kalt? Geht. Super. Also, tschau. So, Jalabina. Komm, Amina. Ich bin da. Ich habe gesagt, die sind zwei Translations. Wo ist der Mann? Der geht zum Auto. Der hat gar nicht tschüss gesagt, der Mach-Mut. Der hat Angst wegen dem Auto. Der ist offen, das Auto. Der Hund, der Aulen, der hat gesinnt, der Kopf, der ist nicht. Ich glaube, da ist er, der Mach-Mut. Da ist er. Ist er nett? Ach so. Ich bin so ein Zickel. Ich wäre zum falschen Mann gegangen. So, Jalabina, Mach-Mut. Jalabina. Öfter, ich habe keinen Motor. Mach-Mut, ich habe keinen Zeit. Ich bin sick, alles. Mir ist so schlecht. Das ist horrible. Das ist so heiß. So heiß. Ich kann nicht mehr. Leute, ich kann nicht mehr. Ich bin eine Bemuller. Ich kann nicht. Nichts. Jonas, siehst du mal deiner Mutter ihr Gesicht? Wie ich aussehe. Video, ich bin fix und fertig. Ich kann nicht mehr. Ich brauche mein Schlafzimmer. Es war so schön mit der Nicole, aber ich kann mich nicht mehr im Sommer mit jemandem treffen. Ich fahre nicht mal nach Luxor. Das macht Mach-Mut alleine. Ich sterbe. In der Hitze, Mausi. Die Schnee lacht noch. Ich kann nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Also, bis die Tage. Mach's, Lema. Bye-bye. Hütti. Lacht noch, du auch. Yes. Jalabina. Bye-bye.